So ist die Theorie nicht nur eine Theorie, sondern wir können auch sehr viel aus der Praxis gehören. Ich sehe schon von den Dozenten und Dozentinnen, sie kommen aus der Praxis. Ich kann sein eigenes Beziehungsnetzwerk erweitern und das ist spannend eigentlich im Ganzen. Das Gesamtwissen erweitern, so mich beruflich auch weiterentwickeln können. Es ist wichtig, dass man dort gegen Aschur ist. Und wenn wir als Hersteller nicht gewappnet sind für das, dann sind wir auch gewappnet für die Zukunft. Wenn jemand Drogen gehören, dann bist du haltbar.